Ja, ich habe eine ganz tolle Idee. Ich habe die kuscheligen Wärmflaschen mit Filzbezug und Sprüchen drauf. Ganz toll. Meine Oma hatte früher eine aus Kupfer und die hat immer gesagt zu mir, Kind, nimm eine Wärmflasche mit ins Bett, das hilft. Sie hat recht. Gucken Sie sich mal an, ganz toll, mit super tollen Motiven. Eine Flasche fürs Bett. Oder die Drama Queen, auch im Angebot. Gute Wissen.